Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde in Modern Warfare 2.5 Uhr mit CryClar. Uah, du bist mal ein Stück weit dabei! Los, ab geht's! Let's go, Mitz! 5 Sekunden warten, wie langweilig. Hier, wir haben Lennox, Phantom und Oblivion bei uns. Und den Gaming-Kiwi. Ja, jetzt wird erstmal Phantom in die Eier getreten dafür. Nein, ich bin der erste Death. Oh, ich häng an der Wand. Oh ja, hab ich gesehen, Lennox. Ja, und 3. Oh, da kommt der Nate. Wir brauchen noch einen anderen, um mit der AK drauf zu gehen. Ich glaub, das stört ihn überhaupt nicht. Was? Du kleiner Wichser! Ja, Lennox, sicherlich! Den anderen wollte ich auch noch messern. Der hat mich fast gekriegt, ey. Komm, man muss nicht mehr weg. Oh, ja. Schlecht Oblivion einfach ist. Ja, das war grad echt scheiße von mir. Kommt doch! BEST! SPAWN! BEST! SPAWN! 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 natürlich schluck ich nicht mehr, extra für dich, Nudi! Du kämpf doch! Wir sind in Ordnung! Ich hab dich gehört! Ja, ich hab dich auch gehört, der Nox! Ich bin ungeführst, ich kann dich ja natürlich hören! Oh! 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 Du fielst doch gerne! Bischer! Sicher! 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 Also für die Zuschauer, die sind so grad ein bisschen aufgedreht wegen der letzten Runde! Da war Tobi richtig Kacke und wir haben ihn alle weggerapet! Ach Tobi, du hast doch wenigstens drauf gehen können! Nee! Du rufn, wagen im Schuss! Tobi! Sicher! Kommt der! Du jetzt abwechst hast, ey! Ja! 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 Du hast doch nicht angemessen! Genau! Tobi spring nochmal hoch und gib mir alles sicher! Nein! Ich wollte den grad holen, du Hure! Weißt du was? Das juckt mich überhaupt nicht! LOL! Wer kriegt da Hitmark an den Kopf bitteschön! Oh Gott! Ihr kommt wieder in der Tribune und holt mich! Das kann ich gar nicht sagen! Höhl ihn! Ich hab ne Katte Klettern gesnackt! Nein! Was geht die für ne Party? Was geht die für ne Party? Ach du Scheiße! Wie scheiße du bist du, oder? Wie der Schiss gekriegt hat und einfach nicht dringes Kopf macht, ey! Ohne Spaß, ne? Oh, hallo! Oh, ey, jetzt gibt's halt gar nix! Oh, ey! Der Knife doch noch und deswegen ne Aufnahme! Oh, ney! Doch, Tobi! Wie schlecht mein Aim war! Oh, wie der blauen kennt einer, du Hure! Ergst! Vor allem, weil er nicht mehr ein Kämpfer! Ach, Tobi! Fühlst du dich jetzt geil mit deiner Diegel? Ja! Ja, also! Gernes Spiel soll er doch! Trotzdem kriegt er nichts gerissen! Oh, ich bin zu! Alter, ich war so zuz! Durch die Tunnel, Alter! Ich hab dich weggespray, Tobi! Wir haben nichts gesehen! Oh, Alter! Da gibt'n wieder Lennox hier! Ah, Lennox immer wieder neu! Ja, was soll ich machen? Ihr lauft mir alle hier rein! Ich will von dem Spot weg! Ich kann nicht mal weg! Ich! Ich! Tobi auch noch besser! Die Zunge der Oblivien, ey! Ja, ja! Warum konnte ich mich nicht da jetzt hindenken? Best Trigger ever! Ach, Tobi! Ich bin grad vor der Position wieder, ey! Komm beim Nachlagen! Mehr Lack als sonst was! Ja! Und der campt da hinten mit seiner FAL, ey! Was habt ihr denn die FAL, ey! Scheiße mit der, deswegen! Camper! Bin da grad weggegangen, aber... Ja! Und ich hab dich weg... weggeholt! Genau, Lennox! Genau! Sollte es mal etwas besser treffen! Ah, wer Granate dürft, stirbt! Ja! Genau! Au, ich hab Panther mit meiner Wuf-Granate erschlagen! LOL! Ich sprinte grad, so auf einmal bin ich tot! Ja! LOL! Da kam die Nates! Die hättest du dir mal ernsthaft angucken müssen! Alter! Zeig! Geil aus! Ich hab grad heute noch fette Modus gekriegt, ey! Tobi, das ist doch Double Pernitration! Nein! Ja! Nein! Huzo! Huzo? Ja, du Huzo! Ach, du Scheiße! Ach, Tobi! Muss dich mal anstrengen hier, ey! Na, Tobi! Gammel, du Steintreppe! Ey, Phantom! Der war richtig hart! Er kämpft, ja! 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 Alter, hat es mich... Oh! Nein! Er sieht mich nur auf ihn zu rennen! Oh nein, nein, nein! Ich seh gar nichts! Alter, ich hab nun noch weiß gesehen! Wir schluckt einfach mal wieder ein! Schu... Oh! Kleiner Framework! Sorry, Leute! Alter, da nehm ich... Jetzt hab ich nur noch 30 aufgelassen! Wir müssen hin! Ich glaub, du hast nen Scheiß-PC! Oh! Oh! Tobi, dein Ernst? Warum bist du nicht da draufgegangen? Weil ich die vor mir liegen sehen habe! Oh! Hi, Lennox! Da hast du mich aber erstmal angeschaut, he? Ich war weiß! Zu meiner Info! Ich war weiß! Ich war in der Ecke! Ich hab's gesehen! Was? Ach, das war Lack, Tobi! Aber dann hab ich den noch durch die Wand gehettet! Außer Sehen! Auf Lennox, finde ich, dass der mit Tobi wenigstens nicht erster wird, ey! Führt er nicht, so oder so! Der letztes E-Messer! Ich messe nur Oblivion! Fuck! Nicht schlecht! Also Leute, das war's! Das war's! Eine schnelle Runde FL für euren Spaß! Dass wir dann euch alle einschlafen! Rett ich mit euch! Äh, nein! Nein, wenn ihr nicht! Wir haben noch ne zweite Runde, die auch ein bisschen besser ist! Tobi stinkt nach Maggi! Oh ja, Tobi stinkt richtig hart! So dann Leute, äh, tschö! Was?